Die Sakkat ist eine Verpflichtung für wohlhabende Muslime, Arme und Bedürftige, einmal im Jahr mit 2,5% ihres Vermögens zu helfen. Der Nisab, das ist die Grenze, ab der Sie Sakkatpflichtig werden, errechnet sich anhand des aktuellen Goldpreises. Islamic Relief bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Sakkat gezielt und nachhaltig zu entrichten. Hierzu gehen Sie im Menü unserer Startseite auf den Reiter Spende und dann auf den Unterpunkt Religiöse Spende. Wenn Ihnen nicht bekannt ist, wie viel Ihre Sakkat beträgt, verwenden Sie einfach unseren Sakkatrechner auf der rechten Seite. Klicken Sie dazu auf den Button Sakkat berechnen. Hier geben Sie Ihr zur Verfügung stehendes Vermögen ein, Ihre Forderungen, also Geld, das andere Ihnen noch schulden, sowie sonstige Einnahmen und Schulden. Nach Eingabe klicken Sie auf Sakkat berechnen und die Höhe Ihrer Sakkat erscheint im unteren Feld. Mit einem weiteren Klick auf Sofortspende gelangen Sie zu unserem Formular. Nachdem Sie Ihre persönlichen Daten eingetragen und die Zahlungsart gewählt haben, müssen Sie nur noch Ihre Spende mit einem Klick auf Weiter bestätigen. Ihre Sakkat wird mit Ihrer Bestätigung an Islamic Relief übertragen und kommt Bedürftigen zugute.